An der Betonstraße zwischen Werneck und Etleben befindet sich ein kleines Bäulein, ein kleiner Bau. Hinter Bäumen versteckt steht die Kapelle vom heiligen Antonius. Ihr Kinder wandert gerne mit uns dorthin. Manchmal bringst du sogar Blumen von zu Hause mit. Die stellen wir dann in das kleine Kapellchen zu Ehren des heiligen Antonius von Badua. Gebaut wurde die Kapelle von Simon Lechner vor über 200 Jahren. Noch heute pflegen Nachfahren von dem Herrn Lechner diese kleine Kapelle, stellen immer wieder Blumen hinein, waschen die schönen Spitzendecken und schauen, dass alles in Ordnung ist. Der heilige Antonius gilt als Schutzheilige der Schlamper. Vielleicht führt uns deshalb unser Weg so oft hinaus zur Kapelle, weil wir doch alle immer etwas verloren haben und es unbedingt wiederfinden wollen. Den heiligen Antonius kann man in Büchern oder auf Bildern gut erkennen. Er hat immer eine Lilie in der Hand und er trägt ein dickes Buch, die Bibel. Auf diesem Buch sitzt oder steht das Jesuskind. Und dann weiß man, es ist der heilige Antonius von Badua. Ich habe verloren und weiß nicht wo, ich kann es nicht finden und wär so froh. Antonius, hilf, du kreuzbraver Mann und führ mich dahin, wo ich's finden kann. Und führ mich dahin, wo ich's finden kann.